Ich empfehle diese importierte australische Wollmatratze besonders für alle, die schnell frieren. Einmal darauf gelegen, werden Sie das Bett nicht mehr verlassen wollen. Gefertigt aus 100% australischer Wolle und genäht mit 8 Stücken hochwertigen Schaffels, bietet sie mit einer Dicke von über 3 cm ein unvergleichliches weiches und warmes Liegegefühl als ob man auf Wolken schläft. Dank der konstanten Wärme von 30 Grad bleiben Sie auch ohne Heizung in der Nacht kuschelig warm und spüren keine Kälte. Jede Matratze wird 6 Mal mit Hochtemperaturdampf gereinigt und ist daher frei von unangenehmen Gerüchen. Haarverlust oder Vergelbung auch noch nach 20 Jahren im Gebrauch wie neu. Nur heute gibt es 50% Rabatt ein Angebot, das man nicht verpassen sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017